In über 30 Jahren MTP-Geschichte haben wir gemeinsam viel erreicht. MTP wurde zu einem der bedeutendsten generationsübergreifenden Netzwerke in Deutschland. Und sicherlich erinnern sich viele von euch auch an manch eine gute Fete. Doch haben wir wirklich schon alles erreicht? Können wir nicht neue Produkte finden, neue Zielgruppen erschließen? Können wir Bewertes nicht doch noch besser machen? Können wir nicht noch besser werden? Viel Vorarbeit wurde in den letzten Monaten durch gemischte Teams aus Alumni und Studenten geleistet. Und genau hier ist der MTP heute strategisch gut aufgestellt. Natürlich knüpft FireDome auch genau hier an, mit einem neuen und modernen Eventkonzept und mit frischen Ideen. Und natürlich mit jeder Menge Work and Fun. Das GSV-Team hat uns die Bühne bereitet und jetzt ist es an uns allen, diese auch zu bespielen. Unser Netzwerk zu stärken und damit unsere Marke weiterzuentwickeln. Solche Aufgaben rufen nach Strategen und nach Machern. Und damit ist die GSV in FireDome leider nichts für Luschis. Viel Spaß in FireDome.